Hallo und herzlich willkommen hier zu der wöchentlichen Aktienanalyse hier bei Finanzgains und danke dir fürs Einschalten. Heute werden wir uns das Unternehmen JD.com angucken. Vorab, dieses Video stellt keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar. Gucken wir uns zuerst die Basic Infos an. JD.com ist ein chinesisches Internetunternehmen, welches die Internetplattform JD.com betreibt. Sie wurden dabei 1998 als JD Multimedia von Liu Changdong gegründet und gingen 2004 unter dem Namen JD.com online. Außerdem gibt es für den globalen Markt die Seite joybuy.com. Der Sitz des Unternehmens ist hierbei in Peking, China und der CEO ist seit 1998 Liu Changdong, welcher eben der Gründer ist und erhält knapp 15,4% der JD Aktien, was sein Nettovermögen auf knapp 23,5 Milliarden US Dollar bringt. Kommen wir zum Geschäftsmodell von JD.com. Dies lässt sich in zwei große Teilbereiche aufteilen. Zum einen im Teilbereich New Businesses, der knapp 6,85% des Umsatzes ausmacht und in dem Bereich JD Mall, der knapp 93,15% des Umsatzes ausmacht. Dabei ist die Online-Plattform JD Mall ein Online-Versandhaus, wo die Kunden meist eher wohlhabenderer sind. Hierbei verkauft man fast nur authentische Produkte bzw. Markenprodukte. Das heißt, man kauft Produkte ein von Herstellern wie zum Beispiel Adidas etc. und verkauft sie später weiter. Das heißt, man verdient durch JD Mall über JD.com und Joybuy.com an wohlhabenderen Kunden durch den Verkauf von eben Markenprodukten, die man vorher billiger eingekauft hat. Im Gegensatz dazu besteht der Bereich New Businesses aus JD Finance, JD Logistics und Technologie. JD Finance ist zum Beispiel ein Zahlungsdienstleister, womit man online bei zum Beispiel JD.com oder Joybuy.com bezahlen kann. JD Logistics sind zum Beispiel Warenhäuser oder Logistikparks, die man immer mehr in China errichtet, um noch mehr Kunden zu erreichen. Und Technologie sind zum Beispiel künstliche Intelligenz, Virtual Reality oder Sicherheit, zum Beispiel Datenschutz, Bezahlung usw. Kommen wir nun zu den Wachstumszahlen von JD.com. JD.com hat hierbei ein Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren im Schnitt von 32,69%, ein EPS-Wachstum von 46,58%, ein Return of Invest Capital von 2,05%, ein Eigenkapitalwachstum von 58,64% und ein Wachstum ins freien Cashflow von 67,85%. Auf 2-Jahresbasis ist das Umsatzwachstum im Schnitt bei 27,05%, das EPS-Wachstum bei 355,99%, das Return of Invested Capital bei 5,41%, das Eigenkapitalwachstum bei 88,06% und das Wachstum des freien Cashflows bei 43%. Insgesamt sind dies starke Wachstumszahlen und suggerieren, dass es sich bei JD.com um ein Wachstumsunternehmen handelt. Wichtig zuerst aber noch zu erwähnen ist, dass ich das EPS-Wachstum im 2-Jahres-Schnitt nicht eingefügt habe, da es sonst die Grafik verzerren würde, da es eben mit 355,99% so groß ist und man dann die anderen Werte nicht mehr so gut erkennen könnte. Das Umsatzwachstum ist hierbei solide bei JD.com und das EPS-Wachstum ist sehr gut, also höher als das Umsatzwachstum, was auf eine wachsende Gewinnmarge hindeutet. Das Return of Invested Capital ist dabei eher schwach, da JD.com aber auch erst seit kurzem profitabel ist. Dies erkennt man auch zum Beispiel an dem positiven Trend am Return of Invested Capital und ich denke, das sollte sich auf Dauer bei knapp 10% einpendeln. Weiterhin ist das Eigenkapitalwachstum sowie das Wachstum des freien Cashflows extrem gut und ist sehr positiv anzumerken. Kommen wir nun noch zu den Schätzungen der Analysten für die nächsten Jahre. Hierbei schätzen die Analysten ein Umsatzwachstum in den nächsten 5 Jahren im Schnitt von 21,01%, ein EPS-Wachstum von 7,37%, ein Wachstum des freien Cashflows in den nächsten 4 Jahren im Schnitt von 16,51% und ein Eigenkapitalwachstum in den nächsten 5 Jahren im Schnitt von 15,71%. Alles in allem sind die Schätzungen eher schwächer als die vergangenen Zahlen, jedoch wird JD.com laut den Analysten in Zukunft weiterhin ein Wachstumsunternehmen bleiben. Das Umsatzwachstum ist hierbei leicht schwächer, jedoch fast leicht und setzt damit seinen leicht negativen Trend fort. Im Gegensatz dazu ist das EPS-Wachstum deutlich schwächer und unter 10%, was sehr schwach ist. Das Eigenkapitalwachstum und das Wachstum des freien Cashflows sind ebenfalls deutlich schwächer, jedoch trotzdem noch über 10%, was eben noch gut ist. Im Endeffekt halte ich diese Zahlen im Allgemeinen für realistisch, außer das EPS-Wachstum, da ich da ein etwas höheres Wachstum erwarte, so um die 15 bis 20%. Da es für mich keinen großen Grund gibt, warum die Gewinnmarge im Gegensatz zur Vergangenheit so stark sinken sollte. Kommen wir nun noch zu den Analystenmeinungen und zum KGV-Vergleich, bevor wir zu den Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren sowie meiner Einschätzung des Unternehmens kommen. Hierbei stehen 37 Analysten bei der JD-Aktie auf Kaufen, 5 auf Aufstocken, 3 auf Halten, 0 auf Verringern und 1 auf Verkaufen. Das heißt, die Analysten haben eine positive Meinung zur JD-Aktie und fast gar keine negative Meinung, weshalb man davon ausgehen kann, dass die Analysten meinen, dass JD.com in den nächsten Jahren den Markt outperformen wird. Gucken wir uns nun noch den Vergleich von JD.com und einem Konkurrenten an. Hierbei hat JD.com heute ein KGV von 12,85 und in den letzten zwei Jahren ein Durchschnittskaliv von 24,65. Ein Konkurrent mit Alibaba hat dabei ein KGV von 20,88. Demzufolge ist JD.com geringer bewertet als im Durchschnitt, das heißt man ist in Anführungszeichen unterbewertet im Vergleich zum Durchschnitt, jedoch höher als der Konkurrent mit Alibaba. Dieser Vergleich ist jedoch etwas schwierig und kann nicht ganz komplett durchgeführt werden, da der Konkurrent nicht ganz gleich ist. Der Konkurrent hat zwar auch eine Online-Plattform mit Tmall, aber Alibaba hat auch zum Beispiel das Cloud-Geschäft, ein Geschäft für Großhandel etc., weshalb der Vergleich nicht ganz akkurat ist. Kommen wir nun zu den Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren, bevor wir zu meiner Einschätzung des Unternehmens kommen. Die erste Stärke wäre, dass man menschenlose Logistikzentren hat und Drohnenauslieferungen zum Kunden durchführt. Dadurch hat man es einfacher, da man eben keine Mitarbeiter betreuen muss und man kann schneller agieren, da die Logistikzentren zum Teil schneller agieren als Menschen und die Drohnenauslieferungen zum Teil auch schneller sind als die von normalen Lieferkunden. Weiterhin ist dabei anzumerken, dass 90% der Produkte am gleichen Tag oder spätestens am Folgetag ankommen, weshalb sich das bis jetzt für JD.com ausgezahlt hat. Die zweite Stärke für JD.com wäre, dass man Firmen einen sicheren Weg ins Land bietet. Das heißt, dass man Firmen wie Adidas zum Beispiel die Chance gibt, sich in China zu vermarkten über JD.com. Das heißt, JD.com kauft Produkte bei Adidas ein und verkauft die in China eben über ihre Online-Plattformen JD.com zum Beispiel. Und somit können Unternehmen wie Adidas eben mehr Produkte verkaufen und JD.com verdient als Vermittler mit. Des Weiteren sind dadurch Kunden sicherer vor Fälschungen, da eben sichergestellt ist, dass es Originalwaren sind und JD.com bekommt wie gesagt eine gute Gewinnmarge daraus. Die letzte Stärke für JD.com wäre noch, dass man starke Verbündete hat mit zum Beispiel Tencent, Walmart oder Alphabet. Tencent hilft zum Beispiel JD.com durch ihre Social Media App WeChat, wodurch man direkt auf JD.com landen kann und einkaufen kann, während Walmart ein starkes Vorbild ist, was JD.com ein bisschen mit der Planung helfen kann. Und Walmart und Alphabet können weiterhin JD.com einen guten Weg ins Ausland bieten. Außerdem haben diese Unternehmen Tencent, Walmart und Alphabet ebenfalls ein wirtschaftliches Interesse an JD.com, da Tencent knapp 20% von JD.com hält, Walmart knapp 12% sowie Alphabet knapp 1%. Kommen wir aber nun noch zu den Schwächen. Die erste Schwäche wäre, dass man starke Konkurrenz hat wie Alibaba. Wie ich eben schon erwähnt habe, ist Alibabas Tmall eine größere Online-Plattform bzw. eine größere Plattform als Vermittler als noch JD.com und man hat eben einen starken Konkurrent mit Alibaba, welches ein riesiges Unternehmen ist bzw. sogar das größte Unternehmen Chinas. Eine weitere Schwäche wäre der CEO-Skandal. Der CEO wurde zwischendurch in den USA wegen sexuellem Missbrauch festgenommen, wurde jedoch später noch freigelassen, da es zu wenig Beweise für eine Anklage gab. Dies ist natürlich negativ anzumerken. Da ein CEO auf jeden Fall nichts machen sollte, wodurch er negativ in die Schlagzeilen kommt, gucken wir uns nun noch die Chancen und Gefahren an, bevor wir zu meiner Einschätzung kommen. Die erste Chance wäre, dass man Milliarden investiert in z.B. Infrastruktur, Drohnen oder Paketroboter. Dadurch erhält man einen technischen Fortschritt und auf Dauer einen Vorteil vor Konkurrenten, weshalb dies auf jeden Fall für die Zukunft positiv für JD.com sein kann. Die zweite Chance wäre, dass man mehr physische Stores bauen möchte. Das heißt, man möchte sich zum Teil an Walmart orientieren und an mehr Kunden mehr Sachen verkaufen, sowie weiter expandieren, was sehr positiv für die Zukunft sein kann. Im Gegensatz dazu gibt es jedoch zwei große Gefahren. Die erste Gefahr wäre die Politik. Die Politik kann jederzeit JD.com einschränken und das sorgt für eine Ungewissheit für die Zukunft für JD.com. Weiterhin gibt es ebenfalls das Marktrisiko. Man ist noch vom China-Wachstum abhängig, da man den meisten Umsatz eben in China macht und ein Handelskrieg oder Sanktionen könnte JD.com sehr zu schaffen machen für die Zukunft. Kommen wir jetzt nun noch zu meiner Einschätzung. Hierbei gucken wir zuerst auf den kurzfristigen Ausblick, bevor wir zu meiner langfristigen Einschätzung kommen. Die erste Sache wäre, dass man gute Q1-Zahlen 2021 gemeldet hat und in ein paar Tagen die Q2-Zahlen 2021 melden wird. Man hat ein Umsatzwachstum von 35,27% im Vergleich zum letztjährigen ersten Quartal gemeldet, was sehr positiv anzumerken ist und was verdeutlicht, dass die Wachstum-Story von JD.com sich weiterhin fortsetzt. Außerdem gehen die Analysten ebenfalls davon aus, dass die Q2-Zahlen ebenfalls gut aussehen werden. Die zweite Sache wäre dann noch, dass die Analysten den Kurs für in ein Jahr bei 94,45 Euro sehen, was einem Kursplus von 69,87% entsprechen würde. Das heißt, dass die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten von einer Outperformance gegenüber dem Markt im nächsten Jahr ausgehen, was auch sehr positiv anzumerken ist. Gucken wir nun aber noch auf die langfristige Einschätzung. Zum einen ist JD.com ein gutes Unternehmen mit starkem Wachstum und starker Geschäftsidee. Man investiert sehr viel Geld in die Zukunft und hat starke Partner, weshalb ich davon ausgehe, dass JD.com in 10 Jahren immer noch ein starkes Unternehmen sein wird. Hierbei schätze ich die JD-Aktie bis zu einem Kurs von 50 Euro plus minus 2 Euro für Kaufenswert, je nachdem, wie die Analystenschätzungen sich verändern bzw. welche News zur JD-Aktie noch rauskommen. Das heißt, für mich ist JD.com zurzeit ein Erhalten. Jedoch sollte die Aktie unter 50 Euro fallen, würde ich mich mit einem Kauf beschäftigen. Sollte dir diese Aktienanalyse gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und danke dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.